Ja, guten Tag, Jakob Lund vom Spiegel. Sie haben mit einer ganz seltsamen Zahlenkombination gewonnen. Möchten Sie diese nochmal wiederholen? Ja, 8 mal die 1. Sie haben gesagt, dass diese Zahlen sowas wie Schicksalszahlen seien. Warum? Ja, weil 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ist meine Glückszahl schon immer gewohnt. Also 11 Millionen, 111 Tausend und 111.